Hallo zusammen, ich bin Sabrina, bin im zweiten Lehrjahr als Käfra Sontesuisse und mache meine Lehre hier bei der CSS. Mein Name ist Demi, ich bin im zweiten Lehrjahr mit Zeigerkühlen der Arbeitswelt der Krankenkassen. Kommen Sie doch mit! Wenn es um Gesundheit geht, vertraut uns rund 1,7 Millionen Menschen. Die CSS wurde 1899 gegründet und mittlerweile gehören wir zu den grössten Krankenversicherungen. Unser Hauptsitz ist in Luzern. Wir haben aber auch über 100 Agenturen in der ganzen Schweiz und beschäftigen über 2700 Mitarbeitende. Rund 130 davon sind Lernende und Praktikanten. Die Lehre bei der CSS ist abwechslungsreich und interessant. Während der Lehre bekommst du die Möglichkeit in sechs verschiedene Abteilungen hineinzuschauen, unter anderem auf die Agentur, wo du mit den Kunden direkte Beratungsgespräche führen darfst. Ausserdem schaffst du viel am PC und nimmst telefonische Kundenanfragen entgegen. Grundsätzlich suchen wir Lernende, die freundlich, motiviert, offen und bereit sind, vieles Neues zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen. Ein paar Mal im Jahr treffen sich eine kleine Gruppe von Lernenden an einem halben Tag und bearbeitet gemeinsam unterschiedliche Themen, die mit der Branche in Santa Suisse in Verbindung stehen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, uns gemeinsam für die betrieblichen Prüfungen vorzubereiten. So, jetzt haben wir gesehen, was es bei uns in der LERSO macht. Wir sehen uns sicher, dass du dich bei uns genauso wohlfühlen möchtest. Mehr Informationen über die LERSTATF findest du auf unserer Homepage.